Ich begrüsse euch zu einem weiteren Monats-Hook im Walhalle-Stüble in Lustenau. Heute treffen wir uns im hinteren Stüble, weil sich eine grosse Gesellschaft angemeldet hat und eventuell sollte es regnen, den ganzen vorderen Teil des Gasthäuschens benötigt. Wieder das erste Mal dabei war Gerlinde Silbergasser. Sie musste pausieren, nach einem Sturz Mitte März auch wieder begrüssen darf man die Musikanten und ihre Damen. Sie sind zwar keine Vonzdorfer, aber Steirer sind immer willkommen in unserer Runde. Für das gemütliche Zusammensein tragen der Franz, der Walter und der Toni mit ihrer Musik viel dazu bei. Heute sind auch dabei die Kirche. Christa Körk, der Karl Schutti und ein Freund der beiden aus Berlin. Christa Körk, der Karl Schutti und ein Freund der beiden aus Berlin. Dank Herbert List waren wir immer informiert, wie das Europameisterschaftsspiel Spalien-Deutschland steht. Musik Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh la Rio, oh la Rio Für die Gäste im Gastgarten spielten die Musikanten auch noch einige Stücke aus ihrem Repertoire. Die Musik von Norden und Richard wird erfüllen pro Euro-Nach live. Das ist diese Tipp des Innenstrah tahmin und Sie werden in drei Blumen und die Schlange aufgebaut werden müssen. Die Musik von Norden und Tomas, Elsa und Alde, waren sie ohne Spiele in Deutschland. So, jetzt wird's gut. Weißt du, du möchtest sehen, wie du mit den Wimpern klimperst? Ah, 35, 40. Wie sie mit den Wimpern klimperst? Ja, danke schön, die toten Rosen, zu dein Applaus. So hat man zu einmal. Ja, danke schön, die toten Rosen, sie wird verziehen. Auch wir sagen danke schön für die tolle Unterhaltung, mit der uns die Musikanten jeweils an den Fonsi Höck verwöhnen. Auf Wiedersehen und bei einer anderen Gelegenheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, danke schön. Ja, danke schön. Untertitelung. BR 2018